Wenn man sich den Chart dieser Aktie anschaut, dann möchte man meinen, dass man wahrscheinlich eine große Chance verpasst hat, in den nächsten Tenberger einzusteigen. Denn die Aktie hat es tatsächlich geschafft, in den letzten Tagen einfach über 500% Rendite zu machen. Das ist schon wirklich wahnsinnig, aber ich kann euch alle beruhigen, Leute, denn es geht, wie ihr im Titel ja schon gelesen habt, heute um Wirecard. Und Wirecard ist meiner Meinung nach ein Unternehmen, was tatsächlich gar nichts wert ist. Trotzdem fragen sich berechtigterweise natürlich die Leute, warum ist das denn so stark nach oben gestiegen? Und wenn wir jetzt hier auch nach rechts gehen im Chart, dann sehen wir, dass natürlich der Kurs wieder abgefallen ist, dass wir uns derzeit in einer Seitwärtsbewegung befinden. Und ich möchte heute auf dieses Thema eingehen, warum das so sein kann, dass der Kurs hier eingestiegen ist und ob ich überhaupt euch empfehlen kann, jetzt hier noch mit zu traden oder hier rein zu investieren, wie auch immer. Und angefangen hat das Ganze, wenn wir das Chart mal betrachten, mit diesem Gap-Up im 5-Minuten-Chart. Die Aktie ist vorher so ein bisschen angestiegen, aber als tatsächlich hier dieser Gap-Up nach oben gewesen ist, da ging es dann raketenartig auch los. Und das bei einem Unternehmen, was ja eigentlich im Grunde genommen nichts wert ist, denn Wirecard hatte ja schon die letzten Jahre mehrere Skandale gehabt. Und das war auch einer der Gründe, warum ich dort nicht investiert habe. Es gibt noch einige andere, das werde ich auch euch gleich zeigen. Aber im Grunde genommen kann man sagen, dass Wirecard wirklich sehr, sehr viele und regelmäßige Skandale irgendwie gehabt hat. Und am Ende letztes Jahr kam dann der Todesstoß, denn es ist rausgekommen, dass die Bilanzen alle gefecht gewesen sind. Ein bisschen, muss ich zugeben, beängstigend, denn es war ein DAX-Konzern und es wurde von der BaFin geprüft, von einem von den Big Four wurde es geprüft. Und wir alle als Investoren müssen uns ja eigentlich darauf verlassen, dass die Bilanzen alle richtig sind. Das heißt, wenn das geprüft ist, dass wir auch irgendwie darauf vertrauen können, dass die Zahlen richtig sind. Und das war dem leider nicht so. Das heißt, alle Investoren, die dort eingestiegen sind, wenn wir uns das Ganze mal hier einmal im Tageschart anschauen, dann sehen wir auch, wie dramatisch das Ganze aussieht. Das heißt, alle Leute, die vorher investiert waren oder vielleicht sogar hier eingestiegen sind, als sie dann realisiert haben, dass das Ganze einfach nur Betrug ist und dass dort sehr, sehr viel Geld fehlt, sind dann irgendwann ausgestiegen und dann ging natürlich die Kettenreaktion los. Alle sind ausgestiegen und die meisten sind dann auf einem Totalverlust sitzen geblieben. Dennoch stellt man sich ja trotzdem die Frage, wenn man jetzt hier weitergeht mit diesem Tageschart und das Ganze hier mal ein bisschen reinzoomt, dann sehen wir ja auf einmal, wie hier stark das Ganze angestiegen ist im Kurs und das in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Ich mache hier auch mal das Volumen an, dann sehen wir auch, dass auf einmal das Kaufvolumen hier vorhanden ist. Dazu gibt es natürlich viele Spekulationen, viele Thesen, keiner weiß so genau, was da abging, aber man kann meiner Meinung nach schon sagen, dass es mit den ganzen Tradern zu tun hat, mit den ganzen Spekulanten zu tun hat. Der Handelsblatt spricht hier von einer mysteriösen Rally von Wirecard-Aktien, von einem Ex-DAX-Wert und ich denke, das hat mit den ganzen Short-Sellern zu tun, weil ich glaube, dass die meisten Short-Seller einfach ihre Profite realisiert haben. Das heißt, viele haben die Aktie irgendwo oben mal geshortet, sind hier irgendwo in ihre Short-Position eingestiegen oder vielleicht sogar hier in die Short-Position eingestiegen und haben sich dann einfach dazu entschieden, die Position zu realisieren. Das heißt, die haben die ganzen Short-Positionen aufgelöst und auf einmal gab es auf der Käuferseite mehr als auf der Verkäuferseite. Und man sieht hier auch zum Beispiel bei Handelsblatt wird das einmal hier beschrieben, 70 Millionen Aktien wurden am Dienstag gehandelt. Das ist schon ein sehr, sehr hohes Volumen für Wirecard und ich vermute persönlich, wissen es kann es tatsächlich nicht, dass natürlich, als diese Positionen aufgelöst worden sind, dieser Gap-Up hier stattgefunden hat, dass viele Anfänger auch gesehen haben, wie wir das ja schon mal in den USA gesehen haben mit Robinhood. Hier zum Beispiel, ein gutes Beispiel hierfür ist ja Trade Republic, dass sehr viele Leute auf einmal dort ja auch Optionsscheine und Derivate und so weiter handeln. Dass viele das gesehen haben, haben gesehen, dass die Aktie um 50% gestiegen ist, um 100% gestiegen ist und dann dort auch auf den Zug aufgesprungen sind. Hier muss ich vorab schon sagen, Leute, nein, ich empfehle keinem in dieses Unternehmen zu investieren. Das ist meine persönliche Meinung aber, ihr müsst am Ende selber entscheiden, ob ihr investieren wollt oder traden wollt. Ich würde es aber keinem empfehlen, denn das Unternehmen ist auf jeden Fall nichts wert, außer es tauchen auf einmal diese 1,9 Milliarden auf, was ich aber tatsächlich sehr bezweifle. Wenn die natürlich wieder auftauchen, wäre das sehr, sehr gut für alle Investoren, auch die früher eingestiegen sind. Ich denke aber nicht, dass die auftauchen werden. Da würde ich diese Aktie auf keinen Fall kaufen. Ich würde noch nicht mal mit der traden, weil die für mich persönlich zu unberechenbar ist. Das muss jeder für sich selber dann entscheiden, ob er sich traut, dort einzusteigen. Das große Risiko ist aber hierbei trotzdem ja natürlich, wie man das jetzt hier zum Beispiel bei dieser 1-Stunden-Kerze sieht, dass man hier oben dann irgendwie noch gekauft hat, weil man glaubt, der Kurs geht noch ein bisschen weiter nach oben. Aber Pustekuchen, es geht direkt nach unten und zwar sehr, sehr stark nach unten, wenn man sich das Ganze anschaut, wie der Kurs da runtergeprügelt wurde. Und jetzt kann man halt, wenn man sich jetzt derzeit in dieser Region hier befindet, nur noch hoffen, dass das wieder nach oben geht. Das kann aber natürlich keiner wissen und dieses Risiko würde ich tatsächlich bei so einer Aktie nicht eingehen, außer ihr seid bereit, das ganze Geld direkt zu verzocken. Dann könnt ihr es natürlich machen. Mich würde mal eure Meinung interessieren, natürlich, ob ihr in Wirecard investiert seid, was ihr von dieser Aktie haltet, ob vielleicht sogar einer von euch hier getradet hat und sehr, sehr viel Geld gemacht hat. Das wäre auch mal interessant, aber ich habe tatsächlich in Wirecard noch nie investiert, einfach aus dem Grund, dass ich natürlich die ganzen Skandale von Wirecard gehört habe, mir generell das ganze Geschäftsmodell auch nicht so wirklich klar gewesen ist, wie genau die da ihr Geld verdienen. Ich konnte da irgendwie wirklich keinen Bezug zu finden. Das war so einer meiner Gründe. Unter anderem war aber, was mich sehr gestört hat, auch hier, wenn wir uns den Chart hier anschauen, ein sehr, sehr starker Downtrend hier zu sehen, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, und zwar seit 2018. Das heißt, seit 2018 ging es bei der Aktie eigentlich abwärts und das ohne die ganze Pandemie oder Lockdown oder die ganzen anderen Probleme. Und ich investiere sehr ungerne in Aktien mit so einem Downtrend, vor allem, wenn auch noch irgendwie die ganze Zeit Skandale da sind. Wenn ich in so eine Aktie investieren würde, dann müsste ich schon wirklich sehr, sehr viel Vertrauen da reinschenken, dass das Geschäftsmodell am Ende aufgeht. War bei mir nicht der Fall. Daher habe ich auch nicht investiert. Das sind so unter anderem Sachen, die ich mir persönlich so bei Aktien anschaue. Wie gesagt, schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr so von Wirecard haltet, ob ihr investiert seid in Wirecard oder nicht, ob ihr damit tradet oder nicht. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten, Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr den Kanal feiert, einfach einen Daumen nach oben da lassen. Diesen Kanal abonnieren würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.